Also, aber ja, wir wissen immer noch nicht, was wir hier jetzt genau erreichen müssen. Ja, einfach rumklicken und dann wird das schon. Was braucht man, um Fotos zu entwickeln? Braucht man da nicht eine bestimmte Farbe? Ja, du brauchst rot, gelb, grün, glaub ich. RGB und so. Oh Gott. Ja, rot. Grün. So, gelb. Yeah, keine Ahnung. Alter. Äh, nee. Ich weiß es nicht. Okay, aber ich denke, die, die hinten sind, sind für dich irgendwie unnötig, weil du siehst, wie die an den Seiten diese Lichter werfen. Wirft rot, wirft gelb, wirft gelb, jetzt das andere muss noch grün werfen, dann hat's nichts. Ach, Dreck. Was da. Okay. Achso, warte mal. Ah, warte mal, Ditchi. Okay. Oder einfach alles hell machen, kann auch sein. Ja, alles hell kann ich mir nicht vorstellen, oder? Das braucht man noch nicht für Fotos. Oh mein Gott. Wir können das auch noch verstellen. Hey. Hey. Ja, mach alles gelb da. Äh. 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 So, irgendwelche Tipps diesbezüglich. Das ist, ich hab das Gefühl, irgendwas... Wir waren ja noch nicht draußen, oder? Ja, drauf, ach draußen. Haben uns hier noch nicht alles, glaub ich, angeguckt? Gibt's bestimmt Tipps, oder so. Oh. Hallo. Okay. This camera doesn't recognize me. Maybe it will recognize someone else. Okay. Das ist der Typie. Der muss recognized werden. Wir müssen ihn irgendwie verscheuchen. Hm. Na, gehst du dahin. Du meinst, den Dude müssen wir verscheuchen? Oder zumindest weg von seinem Ort treiben. Hm. Was hat er denn nochmal gesagt? Ja, ich hab jetzt nichts gesagt. Ach. Verdammt, ey. Er hat uns bestimmt Tipps gegeben, und wir haben nicht drauf gehört. Ah. Klickiklick. Ich weiß nicht. Klickiklick. Ja, wenn man wüsste, was unser Objective wäre. Oh, da braucht man Rotlicht, um Fotos zu entwickeln. Das weiß ich nicht. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich auch nicht. Ah. Und warum tut sich nichts, wenn ich da oben drauf drücke? Oh, alles Rot. Ach, warte mal, kann es sein, dass das einfach nur da drauf leuchten muss? Äh. Ach so. Ne. Weiß ich nicht. Okay, jetzt ist mal alles Rot. Alles Rot da. Na. Ne, da war nicht alles Rot, Mann. Da ist noch das eine Ding. Ach, damn. Na, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich auch nicht. Das ist ja das Schlimme. Ah ja, das ist eine gute Idee. Mach es nochmal. 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 Jetzt stellt es um. Jetzt macht es, genau. Äh, great. This red light won't damage your paper. Okay, aber... Yeah, we did it. Aber welches Paper? Wir haben kein Paper. Oder haben wir was eingesammelt? Nö. Wir haben lustigerweise noch Zitronen dabei. Aber... Ah. Äh. Hm. Oh mein Gott. Äh. Ja, gut, gut, gut. Ja, ja. Mhm. Mhm. Leck mich am Arsch, Junge. Ich hoffe, wir brauchen nichts davon für irgendwas. Oh, damn. Oh, da ist... Wartet, da ist Dings. Da war... Da war Latein. Einnähern, Zet, Metus in Magna. Äh. Ja, okay. Z heißt aber. Oder sondern. Metus ist die Furcht und in Magna ist irgendwie in Groß, was auch immer. Oder war Metus Furcht? Ich weiß es nicht mehr. Ist auch nicht so wichtig. Alles, äh... Böse Apparaturen. Okay. Alter, das ist... Alter, das ist Latein, Mann. Hör auf, das ist einfach alles... Das sind auch 61 Seiten. Ja, da steht Talent, Mann. Das heißt, sie... 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 Sie, äh... Sie drücken oder stoßen. Okay, also wir haben... Warte mal. Wo haben wir uns dahin die Bilder von dem Dude angeguckt? Welche Bilder? Ja, dieses Fotoalbum da. Ah, das war hier. Müssen wir hier irgendwas rausnehmen, vielleicht? Boah. Die Tipps und Tricks. Irgendwo... Na ja, plätter mal durch, vielleicht finden wir Tipps. Äh? Da fehlt ein Foto auf jeden Fall? Zwei Stück, ja. Äh... Äh... Why? Why is this game... ...so nichtssagend über seine Tätigkeiten? Hm. Ansonsten können wir jede andere Farbe benutzen. Naja, nee, also die Farbe ist ja jetzt fix. Es ist ja alles richtig. Nur wir müssen offensichtlich ein Bild entwickeln. In dieser Farbe. Wir müssen ja... Ich weiß noch nicht, was für ein Bild. Wir bräuchten ja ein Bild, damit wir... Ja, frag mal den Typ. Er sagt ja nichts. Ah, verdammt. Wir könnten auch ansonsten nachgucken. Niemals. Oh, da ist so ein Schalter. Ja, den... Den hab ich ja grad eben aktiviert, oder? Ach. Ich hatte den doch schon aktiviert. Wow. Ne, scheinbar nicht. Und jetzt kannst du das da reinlegen. Also wir sind echt, äh... Manchmal sind wir schon genial, muss ich sagen. Ja, guck, jetzt hast du ein Bild von dir. Ja, aber das bin doch ich. Äh... Wenn der Kamera das reicht, so... Auf unseren Backpack. Oh, ich weiß, was wir machen müssen. Äh? Wir müssen ein Bild von dem Typen machen. Von dem? Ja, ja, damit wir, äh, quasi... Äh, dieses Dings überlisten können. Aber womit? Mit seiner Kamera? Hat er ne Kamera? Ne, eben... Nicht? Warte mal, was passiert, wenn ich jetzt, äh... Ja, wir müssen das Ding ja davor halten, dann. Äh... Ja, ja, das ist fucking nice. Okay. Okay. Der GP muss, äh, geknipst werden. Aber der will ja nicht weg. Können wir seine Kamera nehmen? Aha, that's why he works. Können wir nicht. Kannst du nach oben? Ne. Hm. Oh, oder kannst du ein Bild von ihm aus dem Fotoalbum nehmen? Das ist... Gute Frage. Äh, ist er nicht... Er war doch irgendwo... War er doch drauf, oder nicht? Ist er das? Ne. Ne. Äh... Das eine mit Special Days ist... Achso, das... Das meinst du? Ja. Kannst du das nicht? Ne, da kann ich nix machen. Okay, dann... Jedes Bild einfach anklicken und gucken, ob man es nehmen kann. Das ist immer die beste Idee. Nicht effizient, aber... Ja, ja, klicki, klick. Klick, klick. Klick, klick, klick. Ja, einfach das... Den Scheiß rausreißen. Wir reißen schon raus, du. Achso... Na ja, auch nicht. Hm. Hm. No. Are you mocking me? Ne, da passiert gar nix. He-Man. He-Man. Ah, das kommt so nicht. Dann, äh... Warte mal, was passiert, wenn wir noch mal den Schalter drücken? Was bekommen wir dann? Stimmt, ein cooles Bild von ihm. Ah ja, nehm dir noch mehr. Hä? Okay. Wir haben jetzt zwei schon, aber... Das wird... Stimmt wieder. Hä? Oh, oh. Aber wieso? This must be the photographer arriving home. The next sort of must be, äh... Of the culprit. Okay. So, who's the criminal? Ah. Oh, Grandad? It could be. Okay. Okay. Ja, gut. Dann. Wir können ihm jetzt irgendwie das zeigen, das Grandad, da. Ja. I'm not sure I should be doing this, but look. Is that... The handyman? He did this? The last one of the swine. I knew it. I knew it, he's had it in for me for years, but I never thought he'd stoop this low. Wow. Aber das ist... Okay. Ja, wir haben das Bild noch. Okay. Gut. Ja, cool. Jetzt können wir das da hinten, ja, zeigen. Wir müssen es noch. Der Name ist... Offentlich. Wow, er hat aber auch gesagt, dass die Kamera jeden fotografiert, aber ich wusste ja nicht, dass wir bei dem Hebel quasi zurückgehen in der Zeit, weißt du? Ja, okay. Ja. Welp. Wird auch nicht gesagt. Ja. Okay, jetzt gehen wir nach oben. Okay. Alter, jetzt geht die Party ab hier! Yeah, ambient sound. Hello. What is it? Sorry to interrupt, but I'm looking for my granddad and wonder if... Let me stop you there. I'm in a very bad mood. I really don't want to speak right now. I'm going back to sit in the dark. I don't care that all the lights have gone off. Much better for ruminating. Okay. Okay. There's an ammo. Demo gets good. Yeah, yeah. Hello. Hey, what's going on? It is me again. It said you. Making that noise? Noise? Just trying to get my launcher out of the can? I'm using a hammer. It's not going well. I had it later. La 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 la. La 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 la. Do the la 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 la. Oh nein, nicht do the la la. Hello. Oh, there's someone there. I could barely hear you over all the banging. That van below is driving me crazy. He calls them music. I'm not sure it is music. You're quite right. It's not terrible what some people will listen to. Awful. I'm staying in here with my earplugs. That's probably noise music. What's the thing that does. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Oh, Bob the Baumeister. But wait a minute, before we go to Bob. There was still a dialogue here. Yeah, but drive. Okay, we can't trigger the dialogue. Okay. Vielleicht is auch er damit gemeint. Ich weiß es ja nicht. Yo, Bob. Sorry, Missy. You'll have to step back. A pause out and this dome needs to be on before it rains. Damn, if I know what's happened. Can't just let you pass here with that big gaping hole there. And can't say I'm happy about all this. It's supposed to be on my brick. Ah, Bob, please. What's the hole for? It's light. Well, for the people who live inside the cliff, gets them light without the need for electricity. People live down there? They certainly do, my friend. It's the handyman's design. I don't know if I understand it myself, but each to their own. Main thing is, I've now got to stop anyone falling down this great hole. So, have you seen the handyman? Ah, I've never met him. I just walked the crane. Okay. Sorry, Missy. Yeah, yeah, yeah. Okay. Fuck off, Missy. Go away. Nobody likes you. Jumping like such a crazy Niko. I believe you can climb up from there. The crane must weigh a ton. Amazing, it doesn't... I don't know. Drop all over. That's not the area. Okay, drop all over. Well, look there. You can climb up from there, I believe. Ah, wait a minute. Can I check the dialogue like that? Hello in there? Hello out there. I'm a busy stock taking right now. So unless you need anything, I best get the bag, do it. Okay, sorry to interrupt. Mamma mia. Mamma mia. Mario. Okay. Ah, pure mine. Do you do the same thing? Ah, do you need anything in particular? I'm afraid I may have been too busy to notice. Not unless you've seen my granddad. Ah, no, that's Tronzo. That's Tronzo. Okay. We're going. Get the crane. I think we have to do something up there. This glass couple there, maybe we have to... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay, wait, 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 what? Yeah, you can put the cool thing down here and put it in a different way, so you can turn it down there and turn it right down there. Looks like a backup for the motor. Oh, but I have to pull the thing down here so that the crane goes on, can that be it? Well, I think it's going to need some power. He doesn't have any power. I think we have to do something with it. Okay. Let's go back. To back the builder. Back the builder, exactly. Babs the builder. He just backs the builder. Oh, it would be too hard to go up and down to climb. Yeah, honestly. Some shit. Oh, yeah. Looks like it's going to take more than just my way to start this motor. Damn. Ah, okay. Wir müssen den fetten Mann dahin machen. Frag ihn einfach mal. Yo, boy. Sorry, Ressie, Kekka Pro, we're not like this. Dreck. Vielleicht hat er irgendwas. Hmm. Oder? Da können wir nicht... Nee, vielleicht kannst du ihm irgendwas geben, falls du irgendwie was hast. Wir haben noch eine Drohne, komischerweise. Hier, nimm das. Ist das! Okay. Huwa. Ohne Zucker. Vielleicht... Ah. Warte mal. Hello. Hallo. Achso. We all need to get together to get a crane motor stay. I really can't stand being outside of that guy that he's making downstairs. Sorry, but I'm off to put my head under a pillow. Okay, wir müssen... Yeah, der muss still sein. So ein Arsch. Mit seiner Mo... 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 Noise music. What's up? Hello, can you help me get this crane started? We need some weight. I would, man. I would. If I had some kind of opener to finish this job. I go to see if anyone can help. Oh, come on, der dude da oben hat doch bestimmt einen Can Opener. Er ist doch... 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 Er ist doch bestimmt Dosenöffner als Koch. Hello. Ah, hello. What is going on? Could you come to the top to help start the crane? Would love to, would love to, but I'm stocktaking. Having a spot of trouble, to be honest. I've got the list of all these ones I've picked, itemized by color. But I know there are a couple of players here, I just know it. They just don't fit the pattern. Would you mind taking a look, to see if you can spot either of them? Okay. Oh, nein. Okay. Okay. What do we have to do now? Ich hab' nicht gelesen, nein. Ach so, warte mal, wir müssen die finden, die anders aussehen? Nee. Ach so, nee, das hat ein bestimmtes Muster und joa. Okay, wir können auf jeden Fall nur immer einen. Einen umkringeln. Okay, warte mal, die... Ach so, der, der aus der Reihe tanzt, höstwahrscheinlich. Es geht aber insgesamt nur ein einziger, den wir umkringeln können, oder was? Okay. Äh. Okay. Du kannst jeden umkringeln und immer auf das Häkchen klicken und irgendwann hast du das Richtige. Ach so, das kann natürlich sein. Äh, die gelben sind alle... Ich weiß ja nicht, was genau... Können wir doch mal mit dem Reden, dem guten Herrn. Können wir... Hallo? Ja, du musst auf das Ding da klicken, auf das Gelbe da. Nee, das klappt nicht. Okay. Ich glaub, ich muss nochmal hier und dann muss ich nochmal da. Äh, haben wir es jetzt kaputt gemacht? Und das wäre nicht so nett. Ich hoffe mal nicht. Nee, okay. Ah nee, jetzt, äh, jetzt nochmal. Okay. Äh. My goodness, I'm still struggling. Can you spot which ones are out of place? Okay. Hm. Which ones are out of place? Okay, guck mal. Äh, das ist wieder so Pattern erkennen und, äh, ja. Ja, das heißt, Intelligence ist gefragt. Okay. Vom... Blauen her... Warte mal, also... Gibt es eigentlich nichts. Alle, alle Blauen sind richtig, auf jeden Fall. Also, äh, die Reihen sind die quasi von oben nach unten sind die gedacht, ne? Also, ich seh das eher als Ganzes an. Also, äh, ob es symmetrisch ist oder nicht. Also, ob sich das Muster, welches sich durchgeht... Also, ich mach's eigentlich auch von oben nach unten. Ja. Ähm. Grün, blau, schwarz, grün, blau, schwarz, grün, blau. So, rot, gelb, orange, rot, gelb, orange, rot, gelb. Blau, orange, grün, blau, orange, grün, blau, orange, grün, blau, orange. Der ist falsch. Ja, okay, das stimmt. Was soll ich jetzt das machen? That looks right.